Das ist geil. Okay. Was ist er? Ich kann nichts verstehen. Und die Untertitel sind alle in Deutschland. Ich bin so verabschiedet, weil ich möchte, was er sagt. Was sie besitzt. Erstmal Ehre an Glitz G. Danke Ehrenmann, Digga. Dass du ihn komfortierst damit, dass er eigentlich keine Chance gegen uns. Als Team hat er капoten. Was sie zuversohbar? Aber ob ich das heute noch schaffe, dass mindestens ein bis zwei Offensive Das ist eines meiner Lieblingsvideos Ich bin so stolz auf dieses Video Ich bin so glücklich mit wie es kam Das ist eines meiner Lieblings Er sagt, du hast keine Chance Woher? Okay, warte, lass uns Oh mein Gott, er spricht so viel Was ist er hier? Aber egal Ich möchte jetzt auch nicht profizieren, deswegen aber Ich sage jetzt mal wirklich so Es ist schon ein bisschen cringe, dass er sich wirklich mit dem Platz einlegt Ich hätte jetzt was anderes erwartet Ich hätte jetzt was anderes erwartet Aber tatsächlich, dass er auch noch Aber krasse Motivation hängt Ich muss nicht schauen Es ist 8 Minuten und 30 Sekunden in Es ist noch nie eine Runde noch Ja, ich gewinne den Gamble 450 Punkte Der Flexcode ist immer daisyfahrer Das kann ich schon mal sagen Ich bin selbst daisyfahrer Also Ich bin selbst daisyfahrer Ich mag, wie meine Gesichter ist so groß Bro, wie kannst du das machen? Wie wird's mit Spindrift, Bruder? Wie wird's mit Spindrift? Spindrift Ich verstehe das Spindrift Wie wär's das, Mann? Das war ein kleiner Tipp jetzt von mir am Rande Link to the video Ja, ich will send it I got a cantri Is that a good bit? Okay, I'm somehow at 6 I don't know what's happened to everyone Ja, I'm at 8 Definitely Alright, I wanna go this race This race is pretty funny We can still make the first time back We got this All we need is a final brand pick And we are on No, we are not gonna make this a thing If I gamble everything I get mod No, this is just trash Ja, no But it's Ehm Wie wär's man eigentlich mit custom tracks eigentlich erstmal time train Bevor du irgendwelche Vorurteile inziehst Natürlich irgendwelche custom tracks zu haßen Also Ich beat's dir nur an Aber Wenn du's nicht willst Dann Hast du selber Schuld So What do you say now? Hahaha B Was ich sage, ist nur Stereotypen. Das ist Faxab möglich, auf 200. Ich glaube, dass die ganze Zeit irgendwelche Stunts machen kann. Das ist eigentlich nicht schwierig. Aber wenn es schwierig ist, dann denke ich... Ja, ich verstehe, Bro. Was ist das? Was ist das? Das ist wirklich so... Ich glaube, Skyler ist nicht so... Oh, ich kann das nicht so... Ich habe das, was du... Ich habe das, was du... Das ist... Die Sound-effects machen keinen Sinn. Was ist das? Das ist das... Alter, diese Minecraft-Sounds, Bruder! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die Sound-effects machen? Er ist riecht! Es ist riecht! Es ist riecht! Ohhhh... Wird Doom noch 16? Ich schaffe auf wen Fall auf Doom, ist Doom in diesem Sinne nicht 16. Ich habe auf jeden Fall ein größtes Erträuern an ihnen. Ich habe auf jeden Fall ein größtes Erträuern an ihnen. Er lacht so gut. Wenn es das lach sieht... Wird, ist es zu laut? Ich ging Herrn E behaves. Er lacht so gut. Ich habe einen Sch Das ist zu laut... Ohhhh, Training! Okay, ich denke, dass du da nicht Translate musst. Ich verstehe, was er sagt. Ich baue nur einen Schwimm für diesen Shortcard oben auf dem Berg. Wirklich! Warum braucht man eigentlich zwei? Wozu? Alter, da kommt auch klar schon wieder Werbung, Alter. Sie haben Eduard. Ja, er ist in der Hintergrund. Wozu braucht man zwei Schwimm für einen Shortcard bei 200cc, wo man auf dem Berg fahren kann, wo man eigentlich einen Schwimm für diesen Shortcard braucht. Ich brauche nur einen Schwimm für den Shortcard. Bro, dieser Mann muss verstehen, dass ich ein 200cc Nub bin und diese Clan War war ein großer Schuss. Weil es 200 ist. Ich brauche einen Shortcard, weil ich diese Schuss schon getimetrapped habe. Ja, ich muss das jetzt leider rausgeben. Oh, was war das? Ich bin in 4, eigentlich. Okay, ich habe das. 10. 0,0, Shortcard. Okay, ich habe das. Oh mein Gott. Er weiß also hell nicht, aber ich habe das.... ... Er befinden mich an wollten. ... ... er sagt man muss ein ton lernen, er ist nicht falsch er ist definitiv nicht falsch um ehrlich zu sein, bin ich in diesem Video schrecklich ja, ich bleibe los Flames zu 200tc fahren, Flames starte DOOM Ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut. Wenn ich das wieder tun kann, kann ich besser tun. Du hast die Track entschieden, du hast gut gemacht. Meine Schäden sind sehr verarschend. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Ich habe das gedacht. Top 2, Top 2. Top 3, Top 3. Oh nein, warum bin ich hierher? Warum bin ich hierher? Die ganze Saison über? Über? Riecht irgendwie in der Barton ähnlich wie FC Bayern. Aber nein, es ist leider der FC Bayern. Also ich schätze mal, dass der das eigentlich drauf hat und nur in Ertis zu spielen. Irgendwie langweilig. Oh, oh, der Podcast. Are you kidding? Ich sehe! Ich sehe, ich sehe. Oh, was ist das? Was ist das? Oh, er hat dich ihn schon nicht genommen. Nein, dies ist nicht die Schuhe. Nein, das ist nicht die Schuhe zu nehmen. Dieser Mann ist so übel, er hat mich hier foundation geblieben. Oh, Gott. Oh, er hat mich hierher? Was ist das? Nein, das ist nicht die Schuhe zu nehmen. Nein, dies ist nicht die Schuhe zu nehmen. Das ist nicht die Schuhe zu nehmen. Ah Gott. Meine DS wird darüber nachdenken sollen erst mal bevor du dir die Schuhe nehmen würdest Oh komm Bruder Ich sollte nicht die Schuhe benutzen Die Schuhe war auf der Schuhe Ich wollte das nicht Was ist nochmal Fleck X? Ich guck mal kurz nach Ich lasse es mal kurz laufen Was hast du da gesagt? Da klang wirklich Angst Ich habe das Ich habe das Ich habe das Ich habe das Oh mein Gott Ich werde die Züge aber ich hätte die Wohle Ich habe die Züge Ich habe die Züge Ich habe das 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 Er hat es ... 6,7,8,9,9 ... ... klatsch ... ... klatsch ... ... klatsch, start 1 ... Oh minns du erfreulich ... ... 232, also nur noch ein bisschen ... ... langsch ... ... ruf, dass du noch niehetst ... um hat der russer gerade geguckt? warum muss ich das denn oder was? i kippt in der voice wirklich? ok um die russer also dass die russer gp2 Mann, das ist so eine Beste. Mann, ich kann persönlich sein. Ich bin hier mit der Flagge, Mann. Das ist dann, dass du gut bist. Kannst du das mal machen? Okay. Okay, du kannst. NOOOOO! Oh Gott, was hat er gesagt? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Was ist das? Good job, Uda. Tatsugel! Ich sag mal wirklich. Tatsugel, Uda. Tatsugel, Uda. Tatsugel, Uda. Oh, das Flag W und Flag E N. Okay. Was ist das? Oh, da geht's. Ich bin der Hauptgeist. Okay, danke dir, Philipp. Du hast gehört. цыg, tatsugel. Kinders reliable. were wir super Nech. Aber so auf dem своих Schro Crime. Die Sweetkeit Una Trick itt. Vielen Dank. ibili. Vielen Dank.